Aloha, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond! Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen auf der Ohana Farm umgeschaut und haben unter anderem vom hiesigen Insel-Captain oder Captinnen, was ist das weibliche Wort für Captain? Von der Captinnen des Captains, vom weiblichen Captain Maho haben wir auf jeden Fall ein neues Zubehör für unser Pokémon-Mobil bekommen und zwar den Bisbark-Detektor, den wir wahrscheinlich in Zukunft häufiger einsetzen werden auf jeden Fall häufiger als den Taurus-Rambock und unter anderem haben wir von der hiesigen Farm, von der Zuchtstation ich nenne es immer Zuchtstation, haben wir ein Pokémon-Ei bekommen wo ich schon mal sehr gespannt drauf bin, was daraus am Ende schlüpfen wird jetzt sind wir auf dem Weg zum Plätscherhügel, hieß er glaube ich, genau dort sollen sich auch einige Trainer rumtreiben und was ich glaube ich am Ende des letzten Partys, am Ende der letzten Aufnahme gesagt habe war, dass ich den EP-Tiler glaube ich ausstellen wollte und das tun wir hiermit auch denn ich glaube vom Level her sind wir gerade ganz gut dabei und jetzt ist auch der perfekte Zeitpunkt unsere beiden Neuzugänge endlich mal ein bisschen im Kampf zu testen nämlich Mundoro unser Alula-Slyler und auch Umbra unser Tronfugil werden jetzt erstmal ein bisschen kämpfen dürfen und ich glaube der erste Trainer der sich da etwas merkwürdig umschaut steht schon bereit von unserem Alula-Slyler von Mundoro in die Mangel genommen zu werden Hallo, da habe ich ihn von hinten überrascht Soll gegrüßt, Junge auf Inselwanderschaft ihr seht hier mein Kind an Ich habe erst Kleid gelesen das wäre etwas beängstigender gewesen aber ja, zeig mal dein Kind ich denke mal, damit meint er sein Pokémon denn er hat nur ein einziges Gentleman Kunze auch so ein typischer altdeutscher Name, oder? Los Kunze dann zeig mal was du so hast ein Fibiris okay das ist interessant von Typ Geist und Licht und man weiß ja das, ich muss kurz überlegen aber diese Typenkombination Gift und Geist hat doch eine einzige Schwäche, oder? und zwar gegen Feenattacken leider haben wir keine Feenattacken und wir kämpfen das allererste Mal gegen ein Fibiris ich überlege gerade Unlicht auf Unlicht ist nicht sehr effektiv, oder? dann dürfte da Unlichtattacken auf Geist sehr effektiv sind auch Unlichtattacken neutral effektiv sein wir probieren es auf jeden Fall mit unserem Biss und Mundoro ist schneller ist dann Nachtnebel, okay das zieht uns auf jeden Fall 15 Kp ab der Nachtnebel ist eine Attacke die macht so viel Schaden genauso wie der Geowurf je nach dem Level des angreifenden Pokémon und ja wir haben nun doch ja die Überreste zum Tragen gegeben und Slimer wenn man es von hinten betrachtet sieht einfach unheimlich fett aus, oder? wenn wir gleich nochmal in die Nahkampffose gehen okay wir kommen jetzt nicht mehr in die Nahkampffose okay es ist auch nur ein fetter Haufen Schleim was soll man von Slimer auch erwarten okay auf jeden Fall natürlich der Scanner ja das können CPUs sehr sehr gut nämlich solche Attacken wie Schutzschild und Scanner zu spammen obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt außer den Kampf unnötig in die Länge zu ziehen auf jeden Fall was wollte ich sagen Subiris Initiative scheint nicht besonders beeindruckend zu sein wenn es sogar langsamer ist als ein Aloda Slimer was mich schon etwas überrascht denn unser Mundoro unser Aloda Slimer hat ja auch noch ein Wesen dass die sowieso geringe Initiative noch weiter sinkt und wir haben Subiris Subiris vielleicht zweimal zurückschrecken lassen und in der Zwischenzeit ist Mundoro fast wieder bei voller KP es sei denn der Gentleman kann Tränke wie eine Top-Genesung einsetzen und so kann sich der Kampf noch länger in die Länge ziehen aber immerhin ist Nudoro jetzt wieder bei voller KP ok wir können auch Raub einsetzen wobei das nützt überhaupt nichts denn Raub hat die exakt gleiche Stärke wie Biss aber bei Biss hat man noch den eventuellen Nebeneffekt das zurückschrecken wollte ich sagen aber in dem Moment ist Subiris nicht zurückgeschreckt es greift mit der Kratzturian trifft zum Glück nur zweimal und ich glaube dieser Kampf hier obwohl es nur ein 1 gegen 1 ist ist einer der längsten Kämpfe bislang in diesem Let's Play aufgrund der ganzen Animationen der Überreste und auch aufgrund einer Attacke die sich Scanner schimpft ich habe doch gerade eben dir erklärt lieber Kunze dass das einfach völlig unnütz ist was du da machst so ich hoffe mit zwei Bissen ist es erledigt es kommt jetzt wieder mit Nachtnebel an die beste Attacke die es auch gegen uns einsetzen kann und bitte bitte setz nicht noch eine Top Genesung ein falls doch bin ich glaube ich gezwungen zu wechseln Gott sei Dank keine zweite Top Genesung und damit ist Subiris endlich down hat auch lang genug gedauert trotzdem erster guter Kampf für unser Mundoro der sich gleich mit einem Level abbelohnt Level 15 plus 3 kp und Mundoro versucht Säure Speyer zu erlernen an sich gar keine schlechte Attacke allerdings ist es eine Spezialattacke ja leider Anwender greift an indem er eine ätzende Flüssigkeit auf das Ziel speit senkt dessen Spezialverteidigung stark also um zwei Stufen das ist mal richtig nice aber unser Spezialangriff wir sehen es ist nach der Initiative der schlechteste Wert bei uns aber trotzdem Spezialverteidigung stark senken und gleichzeitig noch ein bisschen Schaden machen das das ist gar nicht mal so schlecht und ich glaube ich werde den Säure Speyer auf jeden Fall rein nehmen ist nur die Frage für Fund brauchen wir Fund wir brauchen eigentlich weder Fund noch Aufsetzer aber komm wir machen mal erstmal den Fund weg und dafür die erste Step Attacke leider eine spezielle Gift Attacke aber gut sind wir erstmal mit zufrieden es wächst so schnell heran unglaublich und wir gewinnen ganze 3000 Poké Dollar also von den Gentlemen bekommt man jede Menge Kohle vorausgesetzt man besiegt sie in einem Pokémon Kampf Trainer Pokémon sind im Prinzip doch wie Eltern und Kinder man ist glücklich wenn sie glücklich sind das hast du gesagt und ich glaube die meisten Eltern fühlen in der Tat genauso ich habe noch mal kurz nach versteckten Items gesucht aber war nichts so und ich was war das denn gerade das hörte sie nach einem Foto an wo muss ich hin hier muss ich hin ok haben wir mal wieder eine Foto eine Pokémon Sucherstelle gefunden auch schon ein bisschen länger her mal gucken was wir hier so fotografieren können ein sagt mir nicht man kann hier in der Gegend Evoli fangen ziemlich coole Pose übrigens auf den ganzen Heuballen leider sehr ordentlich sehr ordentlich echt gut aber leider macht Evoli keine Posen oder ähnliches ok es kann auch ehrlich gesagt nirgendwo hin wäre aber cool wenn es irgendwie runterspringen würde oder so ok machen wir mal zwei Fotos von Evoli wie es dort oben steht und der wind durch sein Fell gleitet oder so ok mal gucken was wir so für Kommentare bekommen aber erstmal das Foto natürlich auswählen ähne ähne sich alle ziemlich ähnlich würde ich sagen nehmen einfach mal das zweite hier ist glaube ich vom zoom faktor am besten und dann kommen auch gleich die kommentare rein süß sagt jemand das ist ein alola oder bin mir nicht sicher ich bin noch müde was für ein schöner klarer himmel ich mag das Foto mach bitte ein niedriges Foto ok immerhin haben wir 2344 positive Bewertung für dieses eine Foto tatsächlich das war ein neuer Rekord und guck mal wir brauchen nur noch rund 2100 nein 2720 wenn ich jetzt gerade richtig kopf gerechnet habe um nochmal aufzusteigen sprich wenn es gut läuft müssen wir nur noch zweimal ein Foto machen und wir bekommen das nächste kamera update aber das möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht machen wir werden bestimmt noch einige weitere Fotostellen finden was hast du zu sagen wenn du Route 5 folgst gelangst du irgendwann zum Plätscherhügel dort findet die Prüfung von Captain Tracy statt oh ich dachte wir würden erst die Prüfung von Captain Moha machen vom weiblichen Captain Moha Tracy scheint aber auch eine weibliche Kapitänin ein weiblicher Captain zu sein gut nach Route 5 aber wir müssen erst mal Route 5 durchqueren da hinten hat man glaube ich schon da sieht man ihn noch mal und noch mal ganz da hinten sehen wir schon testen zeig mir doch erst mal wie du allen anderen trainern auf Route 5 besiegt kindchen ok gegen den müssen wir also kämpfen sobald wir alle anderen besiegt haben und da haben uns zwei trainer auf einmal erspäht ist das etwa unser erster doppelkampf in diesem spiel 1 und 1 ist 3 oder doch 3 vielleicht sogar 4 ich will nicht verlieren ich muss fest genug daran glauben ja glauben ist natürlich gut aber manchmal nützt auch der stärkste glauben nicht wenn ihr es nicht drauf habt spinninge franzi und leah fordern dich heraus unser erster doppelkampf von era und fluffelhoff das passt natürlich zu den beiden die beiden baby pokémon fluffelhoff schwebt und das ist doch interessant unser neuestes team duo bildet gleich mal hier im kampf ebenfalls ein duo leveltechnisch alle auf dem gleichen niveau da bin ich mal sehr gespannt ich denke traumfugie ist hier eine sehr gute wahl gegen fluffelhoff und von von era der normal attacken können ihm gar nichts anhaben ist die frage wen wir zuerst angreifen die physische verteidigung von 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 der gesamten von entwicklung ist bekanntermaßen sehr schwach deswegen greifen wir dann natürlich physisch an aber was machen wir mit unserem umbra mit unserem traumfugiel kraftreserve hat mir ja beim letzten mal beigebracht hat den typen gift wenn ich mich richtig erinnere und fluffel ist doch schon ein feen pokémon oder oder das fluffel nur ein normal pokémon ich meine es wäre schon ein feen pokémon sprich das müsste eigentlich sehr effektiv sein probieren wir es aus kraftreserve von unseren umbra ja und es ist sehr effektiv sprich es ist tatsächlich schon von typ fe bitacus geht auf traumfugiel das gefällt mir jetzt nicht so gut denn dadurch werden wir verwirrt so modoro du darfst von angreifen und das ok ein volltreffer hätte aber vielleicht sogar auch so für ein one hit gereicht und von er ist auch bekannt dafür sehr viel erfahrungs zu geben fluffel auf benutzen imitator an wem denn von slimer und greift damit umbra an das war gar keine so schlechte taktik mein liebes Fluffel hat einfach den bis benutzt um traumfugil effektiv anzugreifen ich bin da schon fast beeindruckt von diesem geschickten spielzug wir greifen aber nichts desto trotz fluffel noch mal bis an zwar nicht sehr effektiv aber sollte ausreichen und traumfugil ich möchte mal ganz kurz auswechseln denn ich auch noch dazu so mudoro mach den rest bitte der balken ist wieder sehr langsam gesunken aber es reicht um fluffel lov das geschwebt hat aus welchen gründen zu besiegen so und umbra erreicht sogar ein neues level level 16 um genau zu sein recht ist nicht gerade meine stärke verloren doppelt verloren ja ihr beide scheint sehr wahre genies zu sein in vielerlei hinsicht ok ist nur die frage da ist tali und lass mich raten der typ oder ist eine sie ich glaube es ist ein typ dem oder der gegenüber steht ist doch bestimmt diese Tracy oder also es ist doch eine sie auf jeden fall was steht hier drauf gute 5 ein verworrener weg mit stufen aber was ich mich fragen wollte wie viele trainers hier wohl auf der route gibt bevor wir den typen damen anfangen herausfordern können erst mal ein super trank gefunden und wir finden auch eine neue gras fläche und das können wir eigentlich mal ganz kurz nutzen um unser bis rauszuholen und ich wusste doch irgendwas ist hier wieder in der Nähe und zwar genau hier ein Sternenstück kommen wir hier irgendwie hoch es scheint uns den Weg zu verschwenden da oben liegt noch eine tm da scheinen wir aber erst später hinzukommen haben wir noch einen Schutz aktiviert oder warum kommen gerade keine Pokémon das ist sehr ungewöhnlich hier können wir auch nicht hoch guck mal sogar ein kleiner Minivulkan Interessante Gegend hier aber da scheinen wir wahrscheinlich von oben irgendwie runterzukommen in der Zwischenzeit können wir uns mal anschauen was man hier so fangen kann zum Beispiel ein Pipek und überraschenderweise trägt wobei überraschenderweise ist das gar nicht aber unser Charakter trägt den gleichen Reitanzug wenn er auf Tauro steigt oder eben auch auf Bisburg steigt allerdings finde ich das ein bisschen unnötig wobei wenn Bisburg normales Tempo hat dann läuft Bisburg glaube ich schneller als Tauros im normalen Tempo von daher ist das vielleicht doch schon gerechtfertigt dass unser Charakter auch ein Helm dabei trägt und wir können hier auch einen York fangen an allerdings haben schon ein bis bis auf dem wir gerade reiten auch wenn wir ihn nicht leider nicht im kampf einsetzen können aber es gibt schlimmeres und uns schon wieder eine Züchterin ist das glaube ich ja entdeckt als Züchterin muss man die stacken deine pokémon entdecken und fördern wenn du das sagst dann zeig doch mal wie du deine pokémon förderst in dem du sie gnadenlos verlieren lässt liebe manuela wenn das deine taktik ist wir können dir dabei helfen was zur hölle bist denn du ein Bumbung Guss ihr habt keine ahnung von welchem Typ dieses Viech ist allein dem Aussehen nach zuurteilen könnte es ein feen pokémon sein oder ein pflanzen pokémon oder sogar beides so oder so eine gift attacke müsste eigentlich sehr effektiv sein wir probieren mal den säurespeyer das erste mal in aktion und es ist sehr effektiv und macht auch ganz gut schaden und nicht steigt sondern senkt die spezialverteidigung blitz what fack es senkt unsere genauigkeit ok wenn du meinst das könnte dich davor retten besiegt zu werden dann mach ruhig ich hoffe dass der säurespeyer nochmal trifft nein geht natürlich daneben und das Viech kann sich heilen mondschein ich glaube in der tat es ist ein feen pokémon oder vielleicht sogar beides feen und pflanze dann sind gift attacken sogar vierfach effektiv und wir haben vorhin seine spezialverteidigung stark gesenkt sprich ein weiterer säurespeyer sollte jetzt eigentlich ausreichen wenn er trifft er trifft und das sollte jetzt ja ausreichen sehr schön aber trotzdem was bist du denn für ein pokémon ich vermute mal ganz stark dass man dich hier auf dieser route eventuell sogar fangen kann oder würde mich sehr interessieren welchen Typen dieses pokémon angehört werden wir aber bestimmt noch bei zeiten herausfinden so noch ein bisschen hochheilen und ein level up übrigens auch für unser alula slimer und an lady bar kommt noch das sollte jetzt auch nicht die große herausforderung darstellen auf level 16 ebenfalls aber wir sind momentan glaube ich was den level schnitt angeht ganz gut dabei perfekt das heißt unsere attacken unsere bis und unsere ruhe attacke machen nicht so viel schaden gift ach ja ich wollte gerade sagen hat sie die war eine fähigkeit die uns vergiften kann nein im gegenteil mundoro hat natürlich eine attacke die den gegner vergiften kann andererseits können gift pokémon ja logischer weise gar nicht vergiftet werden habe ich betreten gift griff heißt diese fähigkeit glaube ich muss mal ganz kurz nachschauen und zwar wollte ich kurz den team bericht beziehungsweise nur den bericht von sliner war schon in kampf ich hasse die steuerung mit den analog stick gift griff genau so die fähigkeit oder heißt sie immer noch wir sind ja immer noch in der gegenwart und die fähigkeit ist noch nicht ausgestorben so dann müssen wir noch einmal angreifen bis dann ist ihr dein bodyguard auch nichts mehr sollte im normalfall ausreichen und lady war der kleine gepunktete käfer marienkäfer geht zurück in seinem pokéball ihr wünschte ich wünsche was meine sterben sind das sprechen auf jeden fall anscheinend nicht und das kämpfen ebenso nicht aber du wirst schon einen weg finden ich bin hier fast sicher und guck mal wer da hockt ich wollte eigentlich schon immer mal wieder erwähnen wir sind einem gewissen team schon etwas länger nicht mehr begegnet wurde auch mal wieder zeit aber bevor wir zu den beiden gehen wollte erst mal gucken was Tani hier so treibt diese Odde Grinsebacke das war wohl nichts ich hab schon wieder verloren ich voll Depp und wer bist du nimmst du das hier überhaupt ernst na klar aber verlieren macht doch so viel spaß aber ich will auch spaß beim kämpfen haben deswegen verliere ich immer spaß haben das recht spaß an den kampf zu haben musst du dir erst verdienen indem du an die grenzen deiner leistungsfähigkeit stößt oh man killer der redet völlig völlig würes zeug alter dieser typ macht mir angst mh dein name ist kidda um ja wieso nein bin ich nicht und ich kenne diesen typ da überhaupt nicht wo guck mal wie tali schaut wer will das wissen ja wieso so unüberlegt mit der wahrheit rauszurücken sogar pokémon sind vorsichtiger als du mein name ist gladio und ich bin genauso unvorsichtig wie du mein partner null und ich trainieren unermüdlich um stärker zu werden im moment erledige ich allerdings ein paar aufträge für team skull aber lass mir das gerede jetzt wird gekämpft jo wieso auch nicht alles in dieser welt anscheinend fast alles in dieser welt wird mit pokémon kämpfen geregelt und das ist also team skull mitglied gladio interessante kampfmucke ok dann gucken wir mal was gladio so hat ein zubat auch so ein typisches pokémon das die meisten bösen in anführungszeichen bösen teams mit im team haben und guck mal seine kampfpose an was macht er denn da zittert er hat er angst vor der niederlage die ihm bevorsteht super level 17 auf jeden fall da nützt unsere gift attacke nicht zu viel aber bis sollte eigentlich immer noch ordentlich schaden machen mal gucken wie viel der flügel schlag von der fledermaus abzieht ja ist in ordnung und unser bis wiederum macht mehr schaden als ich gedacht habe ok zu platz verteidigung ist jetzt auch nicht die beste vor allem im gegensatz zu unserem slimer was defensiv natürlich sehr gut aufgestellt ist und deswegen auch einen zweiten flügel schlag relativ gut weg steckt also ich glaube mit unserem mundoro werden wir noch so unser unseren spaß haben und wieder ein bisschen heilung durch die überreste so und was hat er noch im petto typ 0 was heißt das pokémon wirklich typ 0 oder es ist ein spitzname ich bleib mal mit slimer drin was zur hölle bist denn du eine was ist das denn das fliege kann ich mal überhaupt nicht einschätzen was ist denn das ein vierbeiner so viel kann ich erkennen ein hund mit einer komischen rüstung auf dem kopf was bist denn du ich habe keine ahnung welchen typ typ 0 angehört ja wahrscheinlich den typ 0 und typ 0 ist wahrscheinlich ein typ der gegen alles immun ist dem man praktisch überhaupt keinen schaden machen kann holy shit teckel hat relativ viel schaden gemacht und es steckt auch eine menge ein auf jeden fall bis zu 18 habe ich glaube ich gerade gesehen ja vielleicht vom typ normal und irgendwas dazu nochmal solche speier ein teckel überlebt nun hoffentlich nein überlebt es nicht mehr okay interessant dann setzen wir mal umrads nächstes ein gegen umra kann es auf jeden fall keine normalattacken einsetzen und wir wiederum können natürlich auch keine geistattacken einsetzen wobei der komfu strahl der sollte natürlich trotzdem treffen wir sind auf jeden fall schon mal schneller und verwirren es mal zur sicherheit in der hoffnung dass es sich selbst verletzt los typ 0 du bist doch nie 0 oder nein ist jetzt verfolgung ein holy shit das macht viel schaden aber traumfugie hält das aus problem ist ich kann jetzt nicht wechseln denn er wird bestimmt noch mal verfolgung einsetzen und verfolgung bekanntermaßen trifft ja obwohl man das pokémon auswechselt deswegen setze ich mal sicherheitshalber einen krank ein in der hoffnung dass die verwirrung zum einsatz kommt wobei habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt wo ist es nicht mehr verliert na toll wir sind gerade ein bisschen im nachteil ich weiß nicht ob ich das schon oh es wird nur ein free hit sehr schön ich weiß nicht ob ich es schon erzählt habe aber ich glaube verwirrung wurde ja auch ein bisschen reduziert in der hinsicht vorher war es ja immer so bis zur sechsten generation dass das pokémon das verwirrt ist die zu einer wahrscheinlichkeit von 50% selbst geschlagen hat und dieser rate wurde gesenkt ich glaube auf 25 prozent also verwirrung ist nicht mehr so schlimm wie in die vorgängeredition trotzdem frage ich mich immer noch welche typen kombination das ficht hat ich bleibe auf jeden fall mit kraftreserve gift an ich habe auch normal effektiv ist das blöde ist ich kann traumfugie jetzt nicht mehr auswechseln es wird so oder so darum gehen deswegen ich versuche traumfugie mal die ganze zeit gegen zu heilen aber welche typen kombination könnte das nicht haben geist attacken werden bestimmt keine wirkung haben ich habe einfach mal mit zielwelle an in hoffnung dass wir irgendwie einen guten schlag erwischen aber das hat jetzt auch nicht so beeindruckend viel schaden gemacht ich glaube wir müssen traumfugie tatsächlich nicht down gehen lassen so weit es mir tut wir können es noch mal verwirren in der hoffnung dass die 25 prozent chance eingreift dass er sich eben selbst verletzt falls ja dann würde ich sogar traumfugie noch ein weiteres mal heilen nein aber es kommt durch die verwirrung und setzt auch traumfugie macht okay auch unser zweiter neuzugang unsere beiden neuen teammitglieder neuesten teammitglieder sind jetzt down dann muss mal gloria hoffentlich regeln auch schon etwas länger nicht mehr gekämpft leider mir keine kampfattacke ich setze mal den kieferbiss ein typ nur ist auf jeden fall schneller aber kommt wieder durch mit täckel und er macht ganz schön schaden ich glaube der gehört wirklich den typ normal an kieferbiss ist ebenfalls normal effektiv als nächstes mal mal den funkensprung jawohl die blaue triggert sehr schön auch elektrotaten sind normal effektiv verwirrung ist natürlich auch wieder weg und der täckel setzt uns auch ganz schön zu so wenn der taktisch jetzt clever ist mit der verfolgung einsetzen der verfolgung sollte im normalfall jetzt eigentlich ausreiten ich würde einfach mal festen ob die kai tatsächlich so schlau ist und er ahnt dass ich auswechseln will falls ja bin ich wirklich beeindruckt aber erst nicht daran und wir können problemlos zu schneller wechseln denn er bleibt nur beim täckel der wirklich nicht wenig schaden macht so wie jetzt wir betzen nein wir setzen jetzt mal den durchbruch ein ja und wer ist auf jeden fall sehr effektiv also der typ normal scheint auf jeden fall mit drin zu sein bei diesen komischen viech eine kreuzung aus irgendwelchen verschiedenen dingen ich kann es nicht genau erklären der wird 24 stella freut uns natürlich gloria reicht kein level ab aber halt so wild warum er ist einfach nur verzweifelt ich kann nicht ausstehen ganz ruhig brauner alles wird gut du hast meinen pokémon kampf verloren und eine würde und eine ehre das hätte ich besser wissen müssen das waren zu viele starke dinge auf einmal ich bin noch nicht so weit wie bitte schlaggegegner wie bitte der rede von dir und deine freunde so ein problem sind nicht seine pokémon sondern seine persönlichkeit und sein dummes grinsen er will spaß haben beim kämpfen daran habe ich nichts auszusetzen aber seien wir doch mal ganz ehrlich dein freund will sich bloß nicht eingestehen dass er einen echten kampf gegen inselkönig kala neben den hauch einer chance hätte dass er nur zum spaßkämpf ist nichts weiter als eine feige ausflucht du kennst und du findest dass ich stark bin ich spreche ob der große gladi hat gegen ein kleines kind verloren was für ein loser alter ja was geht ja klar dass ein herrenloser streuner wie du nur eine große klappe hat aber nichts dahinter mann am besten verziehst du einfach oder verziehst du dich einfacher und übernässt das uns der profis eh ja genau davon rate ich euch ab was ihr könntet nicht mal gegen mich gewinnen bringt eure pokémon nicht unnötig in gefahr ihre pokémon sind stark und find schon dann wir den ganzen weg bis hierher gekommen wir sind den ganzen weg bis hierher gekommen und jetzt wollen wir mit leeren händen zurück dabei hat mir das herrscher pokémon vom flaschlau wiesche schon so gut wie in der tasche bis du uns dazwischen gefunkt hast mann aber was soll's komm schon wir kratzen die kurve ihr kennt ja das alte ausgedutschte sprichwort flugs nach haus mein kind wenn kramwurks am himmel sind so oder so ähnlich jo ey ich sperr mal die lösche aufgeladen ja der bus kann dich vielleicht gut leiden aber du bist und bleibst außer bleibst unser lauf bursche du wirst nie zu uns gehören hast du das ende kapiert man jo jo ich rappe mal davon okay eine interessante bekanntschaft danke killer und ihr auch trombeck das habt ihr wirklich toll gemacht hm und jetzt wenn ich die prüfung am plätscherhügel bestehen will muss ich meine pokémon noch ein bisschen trainieren hier killer das wird ihr bestimmt helfen haltet ihr uns steif drei exemplare des items beleber hat er uns nicht schonmal beleber geschenkt und warum hat er so viele bei sich soll oder will er spiele uns damit irgendetwas sagen ja hau du mal ab dauergrinsebackel und schon wartet die nächste prüfung am plätscherhügel auf uns okay ja die nächste prüfung beziehungsweise die erste prüfung auf dieser insel hier aber vorher gucken wir uns hier noch ein bisschen um denn hier haben wir noch weitere grasflächen und vorher gucken wir mal ganz kurz mit epischer musik ob wir hier noch items finden zum beispiel diesen rock dieser jungen dame das hiesige pokémon center ist gar nicht mehr weit von dort kommst du dann auch direkt zur prüfungsstätte den plätscherhügel vielen dank für die info und ich bin zu fett ich komme nicht an dieser jungen dame vorbei interessant haben wir hier irgendwas würd mich doch stark wundern wenn hier überhaupt nichts wäre aber hier ist überhaupt nichts außer ein trainer und ein bärenbaum aber bevor wir den bärenbaum erreichen konnten greift uns ein weiterer trainer an das beste training für pokémon sind kämpfe warum ich so eine hohe stimme habe weiß ich leider nicht gut liebe freunde zum abschluss des partys würde ich sagen besiegen wir nun noch pokémon züchter guido guido der erfahrene haudegen setzt ein paras ein was hast du denn für komische pilze die pilze sehen irgendwie anders aus oder bin ich mir das gerade ein ich glaube in den vorherigen edition waren die immer so ein bisschen dunkler oder kann auch sein dass ich mich gerade komplett täusche aber das paras sieht in der tat ein bisschen anders aus einfach nur was die helligkeit der pilze betrifft und ich hätte glaube ich vorher noch mal ins pokémon center gehen sollen und natürlich wird der sporen wird und paralysiert unsere steller aber halb so weht ein pokémon hat er noch ein weber rack das wird jetzt auch nicht so schwierig zu begegnen zu besiegen sein begegnen auch nicht aber besiegen noch weniger auf jeden fall sind unsere beiden neuesten teammitglieder ja schon gestorben deswegen sollte zuerst als nächstes ins pokémon center hatte die eine junge dame gerade gesagt das pokémon center ist nicht mehr weit nur noch ein weber rack steht uns in dem weg im weg vielmehr was ein feuerzahn abbekommt was diese kleine spinne natürlich nicht überleben tut und zum dank level 20 auch für kaseko sehr schön kp wieder plus 3 ok für kaseko irgendwann auch ein richtiges kp monster ich weiß es nicht selbst wenn ein pokémon ein pokémon verliert kann ich als trainer noch etwas aus den kämpfen lernen ok werden lieber mal deine stimme ein bisschen zu kontrollieren lieber pokémon züchter so haben wir hier noch irgendwas item technisch dann nehmen wir erstmal die bären ein pokémon das gerade bären gefressen hat springt auf und greift dich an oder irgendetwas in der richtung stand da glaube ich grad gut dann müssen wir dieses k-box wahrscheinlich ja es sind anscheinend wirklich immer k-box die da heimlich an bären naschen das müssen wir noch mal kurz aus dem weg räumen um uns die bären zu schnappen ich hoffe dass stella durch die paralyse durchkommt trotz der paralyse ist stella schneller interessant und ein sehr effektiver pflücker knockt den boxer out so sehr schön noch ein bisschen bonus erfahrung dazu bekommen und auch noch ein paar bären hoffentlich nehme ich eine frage wäre die heilt glaube ich vor erfrierung freige zeichen und noch eine bäre eine pierce wäre die heilt vor gift auf jeden fall und noch eine bäre noch eine frage wäre na immerhin ausbeute so lala ähm da links geht es glaube ich zur prüfung und da geht es wahrscheinlich dann auch storytechnisch weiter das macht mir denke ich aber erst beim nächsten mal gehen noch mal kurz ins pokémon center und werde unser team heilen und dann würde ich sagen machen wir an dieser stelle nächsten schnitt wir werden uns noch beim nächsten mal kurz ein bisschen weiter auf der route 5 umsehen was man hier vielleicht noch finden kann und dann geht es so langsam schon zum plätscherügel zur nächsten prüfung beziehungsweise zur ersten prüfung auf der insel arkala auf die ich schon sehr gespannt bin ich hoffe ihr ebenfalls denn dann schaltet ihr bestimmt beim nächsten mal wieder ein wenn es erneut heißt let's play pokémon mond vielen dank fürs zuschauen bei diesem part und hoffentlich bis zum nächsten mal tschau tschau sagt euer kinder